Also soll ich jetzt lügen? Das ist ein Volltreffer, dieser Galgo. Der folgt schon nach einer Woche und einem Tag. Ein Jahr ist er alt und vorher hat er ja eigentlich überhaupt gar keine Erziehung genossen, um das jetzt mal so zu sagen. Und für ihn ist ja wirklich alles neu. Heike, ruf ihn nochmal. Wir wollen das mal zeigen. Ruf ihn nochmal. Heike, ruf ihn nochmal. Heike, ruf ihn jetzt noch. Jetzt sagst du ihm nochmal, er soll sich hinsetzen vielleicht. Und guck dir das mal an. Meine Güte, was ein Hund. Eine Woche, ein Tag ist er bei uns und ein Jahr lang. Keine Erziehung. Dann kann man doch bleiben, ich mache. Ja, ja. Ja, schön würde ich sagen. Ich mache noch gleich. Ich mache noch gleich.